Ich habe in der letzten Woche mit drei Product Ownern eines Kunden zusammengesessen. Wir haben analysiert, warum das neuerlich entwickelte Projekt komplett schief gelaufen ist. Und während die Product Ownern am Anfang die Finger in Richtung Entwicklung gezeigt haben, vor allen Dingen auf den Architekten, haben wir dann nachher festgestellt, nicht die Architekten oder die Entwickler waren schuld, sondern es war der Product Owner. In diesem Video schauen wir uns mal an, warum es die Product Owner sind und sie es nicht unbedingt mit Absicht machen, aber manchmal einfach nicht verstehen, was ihr Job ist. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Wie du merkst, ich bin nicht in meinem Büro in Winterberg, sondern bin in dieser Woche mal wieder für einen Workshop vor Ort unterwegs. Ich bin im NH-Hotel in Mannheim. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir uns diese Woche mal die Zeit und schauen uns mal meine Vermutungen an. Ich bin mal gespannt auf euer, auf dein Feedback, was du dazu sagst. Wir kennen ja in der Softwareentwicklung sogenannte Anti-Patterns. Das sind Muster, die wir im Quellcode, ja, wonach wir Ausschau halten sollten. Und wenn wir diese Muster entdecken, dann sollten wir schleunig zusehen, dass wir diese Quellcode-Stellen beheben. Denn diese Muster, diese Anti-Patterns, das sind bestimmte Dinge, die zeigen, dass wir etwas nicht richtig machen. Und diese Anti-Patterns gibt es in meinen Augen nicht nur im Bereich der Softwareentwicklung des Quellcodes, sondern auch im Projektmanagement. Um dieses Anti-Pattern zu verstehen, müssen wir uns erstmal auf eine relativ hohe Flughöhe begeben. Wir müssen uns überlegen, was muss ein Unternehmen überhaupt machen, um ein Softwareprodukt entwickeln zu können und damit am Markt Geld zu verdienen. Als allererstes sollte so ein Unternehmen natürlich eine Strategie haben. Das heißt, eine Strategie, wie ich dieses Softwareprodukt, was ich entwickeln möchte, am Markt platzieren kann, um damit zukünftig Umsatz zu erzielen. Aus dieser Strategie wird dann das entsprechende Produkt entwickelt. Und dieses Produkt sollte zum einen natürlich aus den Funktionen bestehen, die wir dem späteren Kunden zur Verfügung stellen wollen, um ihn zu unterstützen bei seiner täglichen Arbeit, um einen Geschäftswert zu liefern. Aber auf der anderen Seite sollte das Ganze natürlich auch in einer sehr hohen Qualität geliefert werden, dass der Kunde damit zufrieden ist und wir langfristig mit diesem Produkt erfolgreich sein können. Und wir darüber natürlich eine gewisse Kundenzufriedenheit generieren können. Wenn dieses Produkt entwickelt ist, dann müssen wir dieses Produkt natürlich am Markt platzieren. Das heißt, wir müssen eine gewisse Reichweite unter den Kunden generieren, um dann mit diesem Produkt schlussendlich Umsätze erzielen zu können. Und diese Umsätze sollten dann am Ende natürlich Gewinn abwerfen. Für diese verschiedenen Dinge, die du jetzt gerade gesehen hast, gibt es im Unternehmen unterständliche Zuständigkeiten. Das heißt, es gibt unterschiedliche Bereiche, Personen, Abteilungen, die diese Verantwortung übernehmen. Die Strategie ist beispielsweise Aufgabe der Geschäftsführung. Das heißt, in die Zukunft zu planen, wie man mit seinem Produkt immer besser, immer mehr Marktanteile erreichen kann. Für die Qualität ist selbstverständlich die Softwareentwicklung zuständig, denn unser Job ist es, die Anforderungen, die wir implementieren sollen, am Ende des Tages mit einer möglichst hohen Qualität im Produkt zu implementieren. Der Vertrieb natürlich ist verantwortlich dafür, das Produkt am Markt zu verkaufen, also bei den Kunden unterzubringen, um mit dem Produkt, was wir entwickelt haben, möglichst viel Umsatz zu generieren, während die Marketingabteilung für die Reichweite sorgt. Das heißt, die Marketingabteilung sollte über verschiedene Maßnahmen, was auch immer dort gemacht wird, dafür sorgen, dass wir bei möglichst vielen Kunden dieses Produkt platzieren können. Und last but not least kommt der Support ins Spiel, denn der Support ist dafür verantwortlich, dass unser Kunde die Anwendung auch wirklich gut nutzen kann, dass wir also bei unserem Produkt eine maximal hohe Kundenzufriedenheit generieren können. Dem Bereich Marketing und Vertrieb, dem kommt mehr oder weniger so eine Sonderstellung zu, denn diese beiden in Kombination sind so das Gespann, was im Unternehmen dafür sorgt, dass wir mit diesem Produkt zum einen Reichweite natürlich generieren, aber natürlich dann mit dieser Reichweite natürlich auch immer mehr Umsätze. Und deswegen sind das meistens so die Zugpferde im Unternehmen, die genau eben für diesen Umsatz sorgen, den wir brauchen, um quasi mit unserem Unternehmen fortbestehen zu können. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie Software normalerweise entwickelt wird, dann ist es immer so, dass wir eine Softwareentwicklungsabteilung natürlich haben, in der die Softwareentwickler qualitative Produkte erstellen sollen. Diese qualitativen Produkte werden aber nicht einfach so aus der Luft gegriffen entwickelt, sondern natürlich machen wir Entwickler nur dann etwas, wenn wir dazu entsprechende Anforderungen als Eingangsgröße bekommen und erzeugen dann im Gegenzug als Ausgabe eine Anwendung, welche dann durch den Support beim Kunden betrieben wird, beziehungsweise beim Kunden dafür gesorgt wird, dass der Betrieb reibungslos funktioniert und der Kunde mit dieser Software zufrieden ist. Erhoben werden diese Anforderungen jetzt in den allermeisten Situationen und in den allermeisten Unternehmen, die ich so zu Gesicht bekomme, meistens eben genau von diesen beiden Zugpferden. Das heißt, auf der einen Seite durch den Vertrieb und auf der anderen Seite durch das Marketing. Die gehen oftmals zum Glück nicht hin und melden ihre Ideen, ihre Vorschläge direkt an die Softwareentwickler, sondern wir haben in der Mitte jemanden, der diese Anforderungen kanalisiert, priorisiert, dann an die Entwickler weitergibt und genau das ist der Product Owner. Und diesem Product Owner kommt jetzt eine ganz besondere Bedeutung zu, denn er ist mehr oder weniger so der Kapitän des Projektes. Das heißt, der steuert das Projekt und sagt, in welche Reihenfolge, welche Anforderungen, mit welcher Priorität, welche Aufgabenblöcke, welche neuen Funktionalitäten, welche Bugfixes oder welche Maßnahmen in der Anwendung implementiert werden. Das heißt, er formt mehr oder weniger dieses Projekt so, wie der Markt es am Ende braucht. Diese Entscheidungen, die der Product Owner dabei treffen muss, sind aber manchmal mitunter nicht besonders einfach. Und er kann vielleicht unbewusst, ohne dass er es merkt, das Projekt in eine sehr gefährliche Situation bringen. Es gibt beispielsweise im Projektmanagement das sogenannte magische Dreieck. Das heißt, es ist ein Dreieck und auf den Seiten sind einmal die Kosten aufgetragen, der Umfang und die Qualität. Und es geht jetzt darum, dass man sein Projekt irgendwo innerhalb von diesem Dreieck platzieren muss und der jeweilige Abstand zu den einzelnen Punkten, Umfang, Qualität und Kosten, gibt mehr oder weniger wieder, wie gut das Projekt in diesem Bereich abschneidet. Das heißt, wenn ich mein Projekt in der Mitte platziere, dann kann ich mit durchschnittlichen Kosten, durchschnittlichem Umfang und durchschnittlicher Qualität rechnen. Wenn ich jetzt hingehe und die Prioritäten in meinem Projekt in irgendeiner Art und Weise verschiebe, dass ich zum Beispiel näher an die Kostenseite gehe, um die Kosten zu reduzieren, also kosteneffizienter zu programmieren, dann habe ich auf der anderen Seite das Problem, dass natürlich die Qualität leidet und natürlich auch der Umfang, weil ich kann nicht weniger Geld ausgeben und dabei die Qualität beibehalten oder den Umfang beibehalten. Oder wenn ich beispielsweise hingehe und diesen Schwerpunkt weiter Richtung Qualität und Umfang verschiebe, habe ich also mehr Umfang, bessere Qualität, das heißt im Umkehrschluss auch mehr Kosten. In der Softwareentwicklung ist das Ganze jetzt nicht ganz so einfach. Das heißt, wir haben nicht nur drei Dimensionen, sondern wie ihr gerade gesehen habt, haben wir mit diesen ganzen Punkten Strategie, Kundenzufriedenheit, Qualität, Funktionalität, Umsatz, Kundenwachstum, eine ganze Menge Dimensionen. Und ich stelle mir das Ganze immer so vor und ich weiß, das ist alles andere als irgendeine belastbare Vorstellung von der ganzen Situation, aber für mich ist das Ganze mehr oder weniger irgendwie so ein Kreis. Und auf der oberen Seite des Kreises befindet sich einmal die Kundenzufriedenheit, die Qualität und die Strategie und auf der gegenüberliegenden Seite dieses Kreises befindet sich einmal das Kundenwachstum, die Kundenreichweite, aber auch Umsatz und die angebotenen Funktionen oder die implementierten Funktionalitäten. Die Aufgabe des Product Owners ist es jetzt, unser Projekt irgendwo innerhalb von diesem Kreis zu positionieren. Positioniert er das Projekt zu nah an Umsatz, zu nah am Kundenwachstum oder an den Funktionalitäten, wie in dem Beispiel hier, dann leiden die anderen Aspekte. Also dann leidet die Kundenzufriedenheit, die Qualität und auch die Strategie. Verlegt er diesen Mittelpunkt zu weit nach oben, dann haben wir zwar die Kundenzufriedenheit hoch, die Qualität auch hoch und die Strategie wird befolgt, aber auf der anderen Seite können wir nicht für genug Umsatz sorgen. Wir bekommen keine Kundenreichweite und die implementierten Funktionalitäten leiden am Ende des Tages. In unserem eben gezeichneten Anti-Pattern, bei dem der Product Owner die entsprechenden Anforderungen falsch aufgenommen hat, wurde genau dieser Fehler gemacht. Die Anforderungsaufnahme, die der Product Owner durchgeführt hat, war zentriert auf genau die Dinge, die den Umsatz generieren. Nämlich zum einen auf dem Vertrieb und eben auf das Marketing. Die anderen Punkte, die eben auch wertvolle Informationen haben, die auch eine Agenda haben, die auch Anforderungen haben, wurden nicht berücksichtigt. Also der Product Owner muss natürlich hingehen und muss auch die Anforderungen der Softwareentwickler berücksichtigen, denn auch die Softwareentwickler sind Stakeholder in genau solchen Projekten. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch der Support ein Stakeholder, denn auch der Support kann wertvolle Anforderungen liefern, um die Kundenzufriedenheit zu steigern, um seine eigene Arbeit besser zu machen. Und last but not least muss natürlich auch die Anforderungen der Geschäftsführung und deren Strategie berücksichtigt werden, denn wir wollen natürlich langlaufende Projekte haben und langfristig die Strategie des Unternehmens tragen und damit auch glücklich werden. Das heißt, summa summarum, die Hauptaufgabe des Product Owners ist es, in diesem Kreis mit diesen verschiedenen Aktivitäten außen herum dieses Projekt so zu positionieren, meistens in der Mitte zu positionieren, dass wir alle Bedürfnisse und alle Anforderungen aller Stakeholder, die sich in einem Unternehmen befinden, gleichermaßen zufriedenstellen. Und nur wenn man als Product Owner ein Produkt wirklich in der Mitte positioniert, also wirklich mit mehr oder weniger fairen Abständen zu allen Aspekten außen herum auf diesem Kreis, dann kann man ein Projekt etablieren, ein Projekt entwickeln, was wirklich langfristig sowohl gut wartbar, weiterentwickelbar ist, weil eben die Qualität berücksichtigt wird, aber auch die Strategie mit trägt, die Kunden zufrieden macht und eben am Ende des Tages auch für entsprechende Umsätze und eine Reichweite sorgen kann. Und das ist genau diese Beobachtung, die ich in ganz, ganz vielen Projekten in den letzten Jahren in meiner Karriere gemacht habe, nämlich dass Product Owner die eigene Rolle nicht richtig verstehen, gar nicht wirklich erkennen, was sie für eine Verantwortung in diesem Projekt haben, denn die sammeln meistens Anforderungen auf, bündeln die in irgendeiner Art und Weise, machen einen Release-Bahn daraus und meistens bekommt der Recht, der am meisten schreit. Aber wirklich im Hintergrund ist meistens gar nicht wirklich verstanden worden, dass sie genau der Kapitän dieses Projektes sind, sie genau dafür verantwortlich sind, die Richtung vorzugeben und dass sie dabei eben nicht nur die zufriedenstellen müssen, die die Umsätze generieren, die das Unternehmen mehr oder weniger am Leben halten, sondern auch andere Aspekte berücksichtigen müssen, die langfristig dafür sorgen, dass dieses Projekt eben erfolgreich ist und man mit diesem Produkt am Markt auch weiterhin eine ganze Menge Umsatz generieren kann. Und da bin ich mal sehr gespannt auf dein Feedback. Ich denke mal, du wirst bestimmt schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht haben, deswegen schreib es mal gerne runter in die Kommentare. Denn in der letzten Woche waren die Gesichter wirklich lang und am Ende waren alle ein bisschen sprachlos, als sie erkannt haben, dass sie einfach die ganzen Jahre die Architektur nicht berücksichtigt haben und immer nur funktional im Sinne von Marketing und Vertrieb gedacht haben und eben nicht die berücksichtigt haben, die die Strategie oder die Architektur hätten einfließen lassen können und deswegen waren am Ende die Product Owner schuld. Der Architekt auch ein bisschen, weil er zurück war, aber die Product Owner hätten es besser wissen müssen. Euch viel Spaß, schönen Tag, viel Spaß an der Arbeit und ciao.